Musik 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 Alles? Ich hab doch noch ne Frage zu meinem Text. Ach du schaffst das schon mit dem Text. Ganz einfach. Ich bekomme das ja auch immer Halbwechsel. Äh Mutzel? Mutzel? Ah, Erich! Da stimmt was mit dem Licht nicht. Wieso denn? Was stimmt denn mit dem Licht nicht? Also irgendwie sind die Aufnahmen alle zu dunkel. Ach so. Musik Hannes? Hannes, wo bleibst du denn? Wir müssen nicht noch schminken. Ich hab extra neuen Rouge besorgt und einen wunderschönen roten Lippenstift. Hallo, Elfriede. Ich lass mich nicht von dir schminken. Ja, was ist denn, Erich? Irgendwas stinkt bei den letzten Aufnahmen mit dem Ton nicht. Ich weiß auch nicht, was ist mit dem Ton. Ich hab's mir gelesen. Ich hab's mir gelesen. Ich hab's mir gelesen. Das war's. Hannes, das mit dem Licht hab ich jetzt repariert. Ist jetzt kein Problem mehr. Kannst du auch ehrlich sagen.